Bleib unbedingt dabei, wenn du erfahren möchtest, wie du mit vb.net ein WPF-MVVM-Projekt, wie ihr hier im Hintergrund aufsetzen kannst und gleichzeitig noch als Projektvorlage speichern kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, meine lieben Entwicklerfreunde. In diesem Video werden wir uns damit beschäftigen, wie wir, wie du hier im Hintergrund schon sehen kannst, eine Art Projekt-Setup erstellen können, was dann letztendlich auch wiederverwendbar ist. Das heißt, wir werden mit vb.net im WPF-MVVM-Stil ein Projekt-Setup erstellen und das dann auch als Vorlage speichern, damit man das eben halt nicht immer wieder von vorn beginnen muss. Natürlich geht das auch in ähnlicher Form für C-Sharp, also man kann diese Anleitung genauso für C-Sharp auch verwenden, aber da werde ich auch nochmal ein separates Video machen, inwiefern sich das unterscheidet. Starten wir daher also komplett von vorn. Ich wähle also hier oben links eine WPF-Anwendung, wenn sich das schon in meinem Verlauf befindet. Ansonsten suche ich hier oben einfach nach WPF und dann kann ich hier letztendlich schauen, WPF-Anwendungen, ein Projekt zum Erstellen einer .NET-WPF-Anwendung. Diese beginne ich, die nenne ich dann zum Beispiel einfach irgendwie. Ich belasse jetzt tatsächlich einfach mal bei WPF-App4, denn das Projekt-Template, das werden wir nachher eh separat benennen. Nachdem ich dann auf Erstellen geklickt habe und alles vernünftig geladen hat, landen wir in der Standardansicht für ein neues WPF-Projekt. Beachte hier bitte, dass ich nicht auf die Details von MVVM, also das Model, View, View-Model-Entwurfsmuster, selbst eingehen werde, sondern hier wirklich nur das Project-Setup im Vordergrund steht. Natürlich findest du auf meiner Homepage und in meinen anderen Videos bezüglich WPF-MVVM auch noch weitere Informationen und Guides. Andere Videos und auch die Links zur Homepage verlinke ich selbstverständlich in der Videobeschreibung. Dort findest du wie immer Codeschnipsel zu vb.net und auch C-Sharp und erhältst weitere detaillierte Informationen. Wenn man sich nun hierzu die Kurzfassung anschaut, kann man erkennen, dass es sich um folgende Schritte handelt, wenn man das Projekt fertig aufsetzen möchte. Im ersten Schritt müssen wir die MVVM-typischen Ordner erstellen, wobei ich hier auch einen eigenen hinzugetrickst habe, den ich eigentlich zu 99% verwende. Im nächsten Schritt müssen wir das Main Window verschieben, am besten über das Visual Studio oder über die Visual Studio-Funktion selbst, damit es dort eben halt keine Probleme gibt. Und damit das Main Window, was ja im Endeffekt ein View im MVVM-Pattern widerspiegelt, auch in einem korrekten Ordner und auch Namespace ist. Im nächsten Schritt müssen wir den Namen daher auch dementsprechend anpassen, denn das Main Window ist sozusagen nicht mehr das Main Window namentlich, sondern eben halt ein Main View. Auch öfters mal Shell View oder auch dann später passend dazu Shell View Model genannt. So, im nächsten Schritt müssen wir dann dafür sorgen, dass das Main View auch in einem passenden Namespace ist. Das macht es bei vb.net ein bisschen komplizierter, beziehungsweise man bekommt da nicht so viel Unterstützung wie bei C Sharp. Dort werden nämlich teilweise die Namespaces dann automatisch angepasst. Und im nächsten Schritt müssen wir im Main View einen passenden Data-Kontext setzen. Das können wir entweder per XML oder Code Behind machen. Danach müssen wir die Startup-Uri anpassen, damit der letztendlich weiß, also der Bootstrap-Prozess, damit dort bekannt ist, mit welcher Oberfläche soll ich eigentlich starten. Danach müssen wir das iNotifyPropertyChanged-Interface implementieren. Das machen wir hier in einer Basisklasse, damit unsere ViewModel-Klassen im nächsten Schritt davon erben können. Und im letzten Schritt müssen wir dann die MainViewModel-Klasse selbst erstellen, welche dann schon durch entsprechenden XAML-Codes erstellt wird sozusagen und dem MainView zugewiesen wird. Und dann hätten wir theoretisch unser fertiges Project-Setup. Starten wir damit nun. Der erste Schritt ist daher nun, die passenden Ordner anzulegen. Das heißt, im MVVM-Pattern haben wir verschiedene Parteien. Das wäre zum Beispiel im ersten Schritt, wären das die Views. Im nächsten Schritt könnte man sagen, wir brauchen die View-Models. Danach brauchen wir einmal die Models, in denen wir jetzt hier nicht wirklich konkrete Beispiele vorliegen haben. Aber das macht nichts. Wir brauchen den Ordner theoretisch in einer Real-World-Anwendung. Natürlich trotzdem. Und im nächsten Schritt würde ich dann hingehen und den benannten Utils-Ordner anlegen. Utils steht letztendlich für Utilities und dort kommen kleine Hilfsmittel rein, die uns bei der Erstellung von den MVVM-Anwendungen helfen werden. Nachdem wir den ersten Schritt nun abgeschlossen haben, können wir uns um den nächsten Punkt kümmern, nämlich das Main-Window in den passenden Views-Ordner zu verschieben. Das mache ich hier bewusst über die Visual Studio IDE, damit sie das eigentlich besser mitbekommt. Man sieht aber auch schon hier im Hintergrund anhand der roten Ränder, dass es ein wenig Probleme gibt. Aber das macht nichts weiter, denn wir können das Main-Window einfach wieder schließen, erneut öffnen und schon ist alles wieder beim Alten. Der nächste Schritt wäre daher, das Main-Window jetzt dementsprechend umzubenennen. Denn das heißt jetzt letztendlich nicht mehr Main-Window theoretisch im Kontext von MVVM, sondern es wäre jetzt ein View. Daher liegt es ja auch im Ordner Views. Also benenne ich es jetzt nach Main-View um. Leider Gottes kriegt er das hier nicht automatisch in der Code-Datei hin. Deswegen auch bitte hier darauf achten, dass man das zum Main-View umbenennt. Im nächsten Schritt sollte man auch darauf achten, hier einmal die F7-Taste zu verwenden, um in den Hintergrund zu geraten und auch hier Main-View draus zu machen. Also hier sind wir im Code-Behind-File. Wer sich schon ein wenig in der Programmierung auskennt, weiß, dass man anhand dieser Ordnerstruktur hier meistens auch seine Namespaces gestalten sollte. Aktuell befindet sich das Main-View noch im Root-Namespace. Es wäre also der ganze Pfad namens wpf-app4.mainview. Dies ist allerdings anhand unserer Ordnerstruktur und anhand des MVVM-Patterns theoretisch falsch. Das bedeutet, ich packe dieses Main-View hier auch dementsprechend in den korrekten Namespace. Also sage ich Namespace Views, packe die Klasse dort rein und jetzt befindet sich das Main-View auch wieder im richtigen Namespace. Zumindest in der Code-Behind-Datei. Damit das Ganze schön funktioniert, sollte man dies hier auch vorne anpassen, also im xAML-Code. Also sage ich auch hier vor Views Punkt. Siehe, dass du auch hier jetzt wieder dieses blöde Problem hast, das macht aber nichts wirklich, denn jetzt sollte es nach einem einzigen Mal neu starten, also das Neuöffnen des Fensters, dieses Problem beheben. Und theoretisch, da wir das jetzt nicht mehr hin und her verschieben etc., wird es jetzt auch keine Probleme mehr damit geben. Auch wenn dich dies jetzt eventuell ein wenig verwirren wird, lass dich bitte nicht verwirren. Wir werden im nächsten Schritt hier schon den Data-Kontext des Main-Views setzen. Das bedeutet, dadurch weiß das Main-View letztendlich, wo finde ich meine passenden Werte für die Datenbindung oder meine passenden Eigenschaften. Theoretisch geht das jetzt eigentlich noch nicht so ganz. Wir werden jetzt aber trotzdem schon so weit gehen, damit wir das View letztendlich als solches abschließen können und keine weiteren Probleme mehr haben. Einen Data-Kontext kannst du daher per xAML zum Beispiel setzen oder eben halt per Code-Behind-Datei. Ich würde hier die Variante mit dem xAML-Code an dieser Stelle verwenden. Das bedeutet, ich erstelle hier ein neues Namespace-Mapping. Das heißt, wenn ich VM anspreche, dann möchte ich letztendlich zu einem gewissen Namespace, ich sage jetzt mal telefonieren oder den ansprechen, ihn mappen. Und das mache ich, indem ich hier den passenden Namespace einfach angebe. Leider bekommst du hier, wie gesagt, noch keine Autokorrektur. Das ist aber nicht weiter schlimm. Theoretisch könntest du dir auch einfach diesen kompletten Pfad hier kopieren. Dann sagen VM und zum Schluss wissen wir ja, dass alles gleich in den View-Models landen wird. Daher können wir das an dieser Stelle einfach so reinschreiben. Aber wie gesagt, wenn ich das hier an dieser Stelle zu sehr verwirren sollte, dann lass das an dieser Stelle noch sein und hol den Schritt nach, sobald wir das Main-View-Model erstellt haben. Danach solltest du zumindest, nachdem du einmal gedebuckt hast oder gebildet hast, das Projekt über diesen Namespace verfügen. Und dann sollte er dir den auch letztendlich hier vorschlagen. Aber das kannst du natürlich machen, wie du es einfacher empfindest. Ich werde jetzt hier weiter verfahren und den Data-Kontext via xaml setzen. Und das kann ich ganz einfach tun, indem ich sage Window.deine Eigenschaft Data-Kontext bekommt jetzt einen neuen Wert zugewiesen. Nämlich aus dem Namespace VM, also dem gemappten Namespace VM, was zu View-Models zeigt. Und dort gibt es ein Ding, zumindest gleich, namens Main-View-Model. Und wie gesagt, noch gibt das hier einen Fehler, aber das wird sich gleich noch lösen. Aktuell sind wir dann mit dem Main-View vollständig fertig. Also werde ich einfach beides aktuell schließen und im nächsten Schritt mich um die nächste wichtige Sache kümmern. In der Application xaml-Datei findest du nämlich die sogenannte Startup-Uri, die aussagt, wo oder mit welchem Fenster-Ding die Applikation gestartet wird. Und in diesem Fall war es vorher das Main-Window, so heißt es nicht mehr. Es heißt jetzt Main-View und das befindet sich im Ordner Views. Nachdem ich das jetzt so wie hier angepasst habe, ist auch hier nun alles erledigt und ich kann diese Datei schließen. Im nächsten Schritt werden wir unser erstes Werkzeug namens Property Changed Base erstellen. Das kennst du auch vielleicht schon von einem anderen Video oder allgemein aus dem Internet, denn es ist jetzt nichts Geheimes oder Besonderes. Aber es hilft uns letztendlich eine Basisklasse zu gestalten, die wir dann für jedes View-Model wiederverwenden können. Somit müssen wir nicht immer uns darum kümmern, dieses iNotify-Property-Changed-Interface bzw. die Schnittstelle zu implementieren, also jedes Mal aufs Neue. Sondern wir können einfach erben und eine Hilfsfunktion daraus einfach weiterverwenden. Erstelle also nun im Ordner Utils eine neue Klasse namens Property Changed Base und diese werden wir jetzt letztendlich mit Code versehen. Bedenke auch hier natürlich, dass du sie in einen korrekten Namespace packen solltest. Das heißt in diesem Fall nicht Views, sondern Utils. Und jetzt fangen wir letztendlich an, dieses Interface, um das es sich handelt, zu implementieren. Auch an dieser Stelle nochmal den Hinweis zur Property Changed-Geschichte habe ich auch ein separates Video gemacht. Das werde ich dann oben verlinken, wenn du hier genauere Infos brauchst. Aber ich werde das jetzt einfach mal kurz implementieren. Dafür schreibe ich ganz einfach Implements iNotify-Property-Changed. Drücke an dieser Stelle Enter. Und schon ist im Endeffekt schon einiges vorbereitet. Jetzt hätte ich theoretisch schon die Möglichkeit, ein View-Model zu erstellen. Allerdings werden wir uns hier noch einen kleinen Helper einbauen. Und zwar nenne ich den hier ganz einfach ProtectedSub, damit nur davon erbende Klassen diese Methode aufrufen können. ProtectedSub, notify of property change. Gib mal bitte Bescheid, dass sich was geändert hat. Damit ich nicht von außen jedes Mal mitgeben muss, hey, der Vorname hat sich geändert, hey, der Nachname hat sich geändert und so weiter, baue ich mir hier die Möglichkeit ein, dass das mehr oder weniger automatisch erkannt wird. Und das kann ich machen, indem ich das Attribut namens Caller-Member-Name nehme und es importiere aus System-Component-Model. Und dann kann ich letztendlich sagen, die Property-Name als String, die sich geändert hat, soll mitgeliefert werden. Und standardmäßig macht man das am besten hier mit nothing und so weiter. Und ja, jetzt habe ich letztendlich die Möglichkeit von außen, also in Anführungszeichen, sondern von vererbenden Klassen, diese Methode aufzurufen, wie wir gleich noch sehen werden. Und ja, dementsprechend dann das property changed einfacher zu feuern. Das machen wir nämlich jetzt, raise event property changed. Ich habe das Ereignis ausgelöst mit neuen property changed event arcs. Und zwar, welche Property hat sich verändert? Die, die hier automatisch entweder erfasst wurde oder die, die ich von außen manuell mitgegeben habe. Somit haben wir jetzt unsere kleine Hilfsklasse hier fertig gebaut und können uns im nächsten Schritt Richtung MainViewModel begeben. Beachte hier, dass das MainViewModel sozusagen der Haupteinstiegspunkt oder der Root-Wurzelpunkt unserer Anwendung ist. Das heißt, es spiegelt mehr oder weniger die Hülle unserer Anwendung wieder und wird daher auch in vielen Fällen eher ShellViewModel, beziehungsweise passend dazu dann ShellView genannt. Aber das kann man natürlich selbst bestimmen, wie man das in seinen Anwendungen gerne hätte. Zum Beispiel könnte ja das ShellView die äußere Hülle der Anwendung sein. Das könnte dann zum Beispiel im Endeffekt tatsächlich das hier sein, was ich jetzt nicht anzeigen kann, also das Fenster selbst. Und das Erste, was ich dort drin darstelle, zum Beispiel das Dashboard oder ähnliches, könnte ja dann das MainViewModel sein. Aber wie gesagt, das hängt davon ab, wie man seine Anwendung gestalten will. Deswegen machen wir jetzt einfach mal weiter und schließen die PropertyChangedBase hier oben. Damit der Fehler jetzt hier gleich endlich mal weggeht, erstellen wir jetzt im ViewModels Ordner eine neue Klasse namens MainViewModel. Auch diese packen wir selbstverständlich in einen korrekten Namespace, nämlich ViewModels. Und jetzt können wir von unserer erbenden Klasse oder von der Klasse erben, die wir uns gerade extra erstellt haben, nämlich mit Inherits Erbe von der PropertyChangedBase. So, und jetzt haben wir theoretisch alles, was wir brauchen, um loszulegen. Wenn ich nämlich jetzt einmal F5 drücke, wird das Programm gestartet und wir können dies als letztendliche Vorlage für alle zukünftigen Anwendungen verwenden. Falls du nun als Unternehmen, Freelancer oder wie auch immer so ein bisschen deinen eigenen Touch einbringen möchtest, könntest du natürlich hier schon gewisse Standardinformationen hinterlegen, wie zum Beispiel deine übliche Unternehmenshintergrundfarbe und viel mehr. Das, was letztendlich dann für dich als Standard dienen soll oder was du dann wiederverwenden können möchtest. Zum Beispiel habe ich es öfters gerne, dass meine Anwendungen standardmäßig zentriert starten. Das wäre dann zum Beispiel Startup Location, Windows Startup Location, Center Screen. Das ist für mich eigentlich immer sehr wichtig, aber das ist natürlich auch nur meine Meinung. Dann könnte man hier zum Beispiel eine Standardgröße einstellen, wie eine typische normale Laptop-Auflösung, 1366x768 oder 1024x768, wie man letztendlich möchte. Und wenn man dann an diesem Punkt sagt, okay, das ist jetzt meine MVVM-Vorlage für VB.net, die ich gerne immer verwenden würde, dann kannst du dir es natürlich sparen, die Arbeit immer wieder von vorne zu machen, sondern wir werden uns jetzt eine Projektvorlage erstellen. Vorab noch ein kleiner Tipp. Du kannst natürlich auch hier über NuGet andere Pakete noch installieren, also wie zum Beispiel ein Dependency Injection Framework oder ähnliches. Und auch das würde dann, wenn du die Projektvorlage erstellst, beim nächsten Projekt automatisch installiert werden. Erstellen wir also nun unsere Projektvorlage. Dazu gehe ich ganz einfach oben auf Projekt, dann unten auf Vorlage exportieren und zum Schluss muss ich hier noch auswählen, hey, das ist eine Projektvorlage, die ich hier erstellen möchte. Drücke also auf Weiter, da es die Standardauswahl ist. Und nun kann ich wichtige Standardinformationen festlegen. Zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, vb.net, mvvm, ppf, mvvm, Projektvorlage zum Beispiel, yt für YouTube in diesem Fall. Und dann könnte ich hier eine kleine Beschreibung eingeben, die mir hilft zu erklären, was passiert hier genau. Des Weiteren kann ich natürlich ein paar Bilder hinzufügen, wie es dann eben halt typisch gleich, wie wir noch sehen werden, auftaucht in der Projektübersicht. Und im nächsten Schritt können wir dann sagen, hey, bitte importiere die Vorlage automatisch in Visual Studio. Finde ich persönlich sehr wichtig, also diesen Haken würde ich setzen. Gut, also im nächsten Schritt drücke ich Fertigstellen. Und dann werde ich gleich mal kurz zeigen, wie das aussieht, wenn wir jetzt ein neues Projekt erstellen. Dazu gehe ich ganz einfach hier oben links auf Datei, Neu, Projekt. Und schon taucht die Vorlage auch hier oben auf mit der Anmerkung, hey, das ist eine neue Projektvorlage. Und immer, wenn ich diese Vorlage jetzt benutze, das mache ich jetzt einfach mal direkt, sage ich hier ganz normal weiter, dann sage ich mein neues Projekt oder ähnliches und sage erstellen. Dann habe ich schon folgenden Vorteil, wenn es jetzt sofort da ist, ach, da ist es ja schon, dass ich alle Sachen, die ich vorher angelegt habe, ready to use im Programm habe und nichts mehr umstellen muss. Ich bin also sofort einsatzfähig und kann mit dem Design, mit der Umsetzung meiner eigentlichen Software beginnen, ohne dass ich diesen ganzen Setup-Kram noch einmal machen muss. Ja, und das war's für dieses Mal. Ich bedanke mich, wie immer, dass du zugeschaut hast. Wenn dir das Video einen Mehrwert geboten hat, dann bitte lass ein Like da und im Endeffekt vielleicht auch noch ein Abonnement. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, euer RobbeRoot. Tschüssi. Tschüssi.